Hallo und herzlich willkommen zu meinem Let's Play Flesk Battle Royale. Okay, Spaß beiseite. Ich meine natürlich Flesk, das Meisterschwert. An meiner Seite ist mal wieder Mimi. Mimi, genau. Und ich glaube, sie ist etwas schüchtern. Wir werden Flesk spielen von PS Games. Ich werde, beziehungsweise Peggy oder so, ich weiß nicht, wie man das ausspricht, tut mir sehr leid. Auf jeden Fall Pegistmo, seinen YouTube-Kanal, werde ich auf jeden Fall in der Videobeschreibung verlinken. Und auch einen Download-Link zu dem Spiel werde ich verlinken. Ihr könnt euch das Spiel natürlich dann runterladen, selbst spielen. Ihr könnt auch jetzt hier einfach in die Beschreibung gehen, das Video ausmachen und euch das Spiel runterladen. Und dann, nachdem ihr es selbst gespielt habt, vielleicht das Let's Play gucken, falls ihr nicht gespoilert werden wollt. Okay. Er ist auf jeden Fall ein Kumpel von mir. Ein guter Freund von lang, lang vergessener Zeit. Nein, Spaß. Auf jeden Fall. Das ist der Zeit des jungen Dons. Genau. Weil du noch ein Level-1-Krug warst. Ein Level-1-Krug. Jetzt bin ich der Level-99-Mafiaboss. Aber eigentlich war ich als Don natürlich schon immer der Mafiaboss. Auch schon als Level-1-Mafiaboss war ich schon der Mafiaboss. Auf jeden Fall, okay, Spaß beiseite. Und wir fangen an mit neues Spiel. Ich weiß nicht ganz, was auf mich zukommt. Auf jeden Fall sind wir hier diese nette Frau, glaube ich. Mimi, du sprichst auf jeden Fall die Frau. Ich bin bereit. Okay, sie ist bereit, sagt sie. Das ist mein Haus. Ich habe ein Bett, einen riesigen Flügel. Wo ein komischer Teufel drauf spielt. Das ist kein Flügel. Ein Flügel sieht anders aus. Das ist ein Pianino. Pianino, wie du auch immer sagen willst. Auf jeden Fall sprechen wir jetzt hier mit diesem netten Herrn. Er sieht ein bisschen aus wie Zorro aus One Piece. Hallo, Admiral Tracy. Wie geht es Ihnen? Kannst du weniger dazwischenreden, wenn ich lese? Nein. Hallo, Admiral Tracy. Wie geht es Ihnen? Schlecht. Flest wurde mir gestohlen. Wie soll ich denn jetzt die Welt vor dem Bösen beschützen? Oh, das ist schlecht. Nimm das hier. Der magische Begleiter wird dir helfen. Er ist allwissend. Danke, Herzchen. Du erhältst den magischen Begleiter. Okay, der magische Begleiter, der müsste im Inventar sein. Das Menü finde ich sehr, sehr schön. Oh ja. Das habe ich mir schon mal in einer kleinen Probeaufnahme angeguckt. Und das gefällt mir wirklich sehr gut. Da ein kleines Lob an den Ersteller des Menüs. Wähle deine Items, glaube ich. Ich glaube, das ist bei Items drin. Oder wichtiges? Ja, wichtiges. Magischer Begleiter. Na du, ich bin's. Der Onkel, der dir sagen wird, was du zu tun hast. Ich sehe, du musst noch Eiswind herausfordern. Tu das mal langsam. Du hast auch noch nicht Don F. gefunden. Das bin ich. Mann. Was machst du überhaupt? Du hast auch noch nicht Torbi gefunden. Alter Schwede. Was hast du die ganze Zeit getan? Könntest du auch mal was leveln? Meine Güte, bist du schwach. Trainier mal auf mindestens Stufe 10 Hitman. Sonst wird das hier nichts mit Eiswind. Ich frage mich auch, was ich gemacht habe. Wenn wir bedenken, dass vor meinem Bett mal toter Hund liegt oder so. Was habe ich die ganze Zeit gemacht? Stimmt. Warum liegt da eine Leiche? Was habe ich getan die ganze Zeit? Im Bett gelegen? Warum? Warum? Vor allem ein Tier zu füttern? Warum? Verdammt. Warum? Warum liegt da eine Leiche? Mal ganz ehrlich. Das ist mir gerade eben erst aufgefallen. Warum liegt da eine Leiche? Das ist vorhin auch erst aufgefallen. Warum liegt hier eine Leiche? Und warum liegt hier eigentlich Stroh? Naja, ist auch egal. Ich kann die auch nicht ansprechen, die Leiche. Ja, vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren. beantworten, warum eine Leiche liegt. Oder wie auch immer. Da liegt eine Leiche. Das ist ganz normal. Warum sind hier überhaupt zwei andere Menschen? Ja, warum habe ich hier einen Typ mal mein Pianini gefesselt? Ich weiß nicht. Egal. Wir machen mal weiter. Die Rüstung kann ich nicht anquatschen. Das Bücherregal. Also hier ist ein Buch über ein merkwürdiges Penisschwert. Über ein merkwürdiges schönes Schwert. Ist ja perfekt. Verstehe ich nicht. Ich zeige es euch. Oh, hier ist ein Buch. Oh, in dem Buch liegt etwas. Feuerrollen gefunden. Wow. Feuerrollen. Wofür auch immer die so gut sind. Der Besitzer... Achso, du bist die Frau. Der Besitzer hat echt einen komischen Kleidungsgeschmack. Was sollen diese Latex-Klamotten hier? Und warum liegt hier Stroh? Naja, hier ist noch immerhin noch ein wenig Geld. Galt. Galt. Nicht Geld. Drei Galt erhalten. Okay. Sehr interessant. Penisschwert. Penisschwert, Latex-Klamotten, Skelett. Die Kombi gefällt mir. Dieser ganze Raum. Der ganze Raum gefällt mir. Ach komm, hör auf zu spielen. Soll ich die Dame sprengen? Ich kann auch die andere Dame sprechen. Warum? Gefällt es dir nicht? Ich kann auch was anderes spielen. Zum Beispiel Fortnite. Ach egal, vergiss es. Bin sowieso kleckig. Das stimmt. Los, raus hier. So. Do-Cognodia. Das kann man sehr gut aussprechen. Warum sind hier kleine Häuser neben dem großen Haus? Ich würde einfach sagen, was ist denn... Was ist hier los? So, ist meine Mäusefarm? Ja, meine Mäusefarm. Da leben meine Mäuse. Ich mach mal die Truhe auf. Heiltränke wurden gefunden. Das ist gut, glaube ich. Du kommst hier nicht rein. Du kommst hier nicht rein. Die Mäuse lassen uns nicht rein. Und du kommst hier nicht rein. Er könnte vielleicht daran liegen, dass es ein bisschen kleiner ist. So undankbar. Du kommst hier nicht rein. Heiltränke wurden gefunden. Gut, ich hab schon mal Heiltränke gefunden. So undankbar, weißt du? Ich hab für die Mäuse extra das Haus gebaut. Wie viel haben wir denn da? Achte. Okay, also jeweils vier gefunden, denke ich mal. Reden wir mal mit der netten anderen Dame. Ein Gegner. Hey du, kannst du etwas für mich holen? Nö, wieso sollte ich? Gute Einstellung. Ja. Und du willst ein Heilt sein. Hilfst nicht einem hübschen Mädchen in der Not. Schämen solltest du dich. Oder du bringst mir einen Geldbarren. Damit kann ich dann mein nächstes Lifting bezahlen. Totschlagargument. Oh mein Gott, Lifting. Oh mein Gott, natürlich. Mal schauen. Was ich machen kann. Wieso eigentlich ein Lifting? Wie alt bist du denn? 84 Jahre. Und siehst du aus wie 18? Das muss auch so bleiben. Ja, das muss bleiben. Das finde ich auch. Will keine Omi hier sehen. Dann bin ich sofort auf den Weg. Oh mein Gott. Das stimmt. Das stimmt. Alter Schwede. Eigentlich sah die schon ziemlich alt aus. So. Oh, das ist bestimmt Don. Ich glaube, das ist Don. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, Don sah so aus. Ich habe schon im Forum ein Bild von ihm gesehen. Oh. Hallo, Don F. Was tust du denn hier? Oh Gott. Das ist mein altes YouTube-Bild. Ach. Hi, Tracy. Ich habe Urlaub und genieße die Sonne. Was macht das Held sein so? Das läuft gerade mäßig. Vielleicht ist mein Master-Schwert wohl mir gestohlen. Und ich weiß nicht, wie ich es wiederbekommen kann. Hast du einen Tipp? Hier ist es auf dem Startbildschirm, nicht noch Meisterschwert? Keine Frage. Ja, klar. Ich habe hier einen magischen Begleiter für dich. Was? Noch einer? Ach, hör mir bloß damit auf. So einen habe ich schon wirklich. Weiter helfen tut er auch nicht. Hm. Na ja. Eiswind ist zur Zeit auch im Lande. Der weiß immer, was zu tun ist. Komm. Lass uns zusammen zu ihm. Neue Teamgefährte. Der Neue ist beigetreten. Das Ganze hat aber leider einen Haken. Einen Haken? Was meinst du damit? Na ja. Ich habe ihm seine letzte Freundin ausgespannt. Und er könnte ziemlich wütend sein. Rechne mal mit einem Kampf. Vielleicht könnten wir ja Tobias als Schutzschilder finden. Der ist ja, äh, der ist es ja gewohnt, auf die Fresse zu bekommen. Immer in die Wunde. Immer in die Wunde. Gehen wir zur Herberge. Dort zupft der Unkraut. Das klingt ja mal nach einem Plan. Alles klar. Don F. ist auf jeden Fall in unserer Gruppe. Da gehört er auch hin. Auf jeden Fall. Eigentlich ist er auch die Hauptfigur, warum wir hier mit Tracy anfangen. Keine Ahnung. Oh, scheiß. Messer, Feuer, Scheren, Licht ist für kleine Tracys nicht. Leider passt irgendwie der Text von dem magischen Begleiter manchmal nicht ins Bild. Das ist jetzt schon mehrfach passiert. Und da passt es auch nicht. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder woran auch immer. Aber ihr macht weiter mit dem Text, bitte. Was mischt du dich da ein? Bleib im Boy, bis ich die Rufe. Beutel? Beutel? Warum sagst du Boy? Hä? Da steht Boy. Das ist mein Boy. Das ist mein Boy. Kaufen. Heiltragen können wir uns nicht leisten. Stahlschwert können wir uns nicht leisten. Breitschwert können wir uns nicht leisten. Wir können uns nicht viel leisten, würde ich sagen. Wir sollten vielleicht mal ein bisschen Geld verdienen. Ich weiß nicht, ob man irgendwo kämpfen kann, wenn man hier rumläuft. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir fahren jetzt mit dem Schiff. Vielleicht kommen auch die Gegner in den Wasser. Wo fahren wir hin? Wir fahren nicht nach oben. Ich habe gemerkt, nicht nach oben. Wir fahren nach rechts. Oh, das sind Goldbachen. Das könnten Goldbachen sein. Ja, stimmt, stimmt. Die Omi braucht das. Ne, die kann ich nicht anquatschen. Okay. Das funktioniert nicht. Warum auch immer. Aber vielleicht, wenn ich reingehe. Ja, das wäre zu einfach. Hier liegt auf jeden Fall noch ein Stroh. Äh, Stroh. Ähm, Skeletz. Hier liegt noch ein Stroh. Ähm, hier kommen auch keine Gegner, glaube ich. Ich habe keine Ahnung, wie ich an Geld komme. Irgendwo müssen Gegner mal kommen. Hoffe ich. Oder vielleicht auch nicht. Wäre auch nicht schlimm. Aber ich will ja Level 10 werden. Der magische Begleiter will, dass ich Level 10 werde. Vielleicht in der Höhle. Und vielleicht finden wir Tobi. Auf jeden Fall reden wir mal mit dem netten Mann hier. Du solltest mit einem Level von 10 bis 15 hier kämpfen. Bist du hoch genug? Ja, natürlich. Nein, natürlich nicht. Nein. Okay, gut. Dann können wir Eiswind, denke ich mal, nicht besiegen. Ich denke mal, das war Eiswind. Ja, klar. Ja, macht Sinn. Ja, der Boss, denke ich mal, von unserer Geschichte. Ähm, ich habe schon mal den Boss gefunden. Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, zu trainieren. Und Tobi habe ich auch noch nicht gefunden. Aber wir kriegen das hin. Ich bin gespannt, wie das Spiel weitergeht. Auf jeden Fall ist es bis jetzt ganz witzig. Ich musste lachen. Das ist das Wichtigste. Und ich tauche auf. Das ist das Zweitwichtigste. Also, jedes Spiel, wo ich lachen muss und ich auftauche, kriegt von mir schon mal automatisch eine 10 von 10. Das sind die Hauptvoraussetzungen. Das sind die Hauptvoraussetzungen, um ein gutes Spiel zu erstellen im RPG Maker. Ich muss auftauchen. Das ist, warum ist da ein schwarzes Loch? Wenn jeder, oh Gott, komm. Ach, ich falle so schnell nicht runter. Was ist hier los? Das sieht cool aus. Das stimmt, aber es ist irgendwie komisch. Was? Was ist hier los? Ist das ein Haus? Ist das ein Dach? Was ist, was ist... Ich dachte, es wäre Lava. Dachte ich im ersten Moment auch, aber dann ist mir aufgefallen, das ist ein Hausdach, oder? Alter, was ist denn das? Was ist, äh, was? Das Anti-Mäuse-Haus. Hört das überhaupt auf? Was ist hier los? So ein Eingang finden vom Haus. Was ist denn das? Das geht ja auch nach unten noch drei Kilometer weiter. Was ist das denn? Was? 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 Hört das auf? Hört das? Was? Was ist das? Was ist das? Jetzt muss ich noch drei Kilometer nach links laufen, um festzustellen, dass es keine Tür ist, um wieder zurückzulaufen. Nein. Doch, das ist eine Tür. Aber wir haben noch nicht den Schlüssel. Doch. Okay. Großes Haus. Großes Haus. Ja, das stimmt. Das ist großes Haus. Trollface. Willkommen im Haus der Knuden. Wie es üblich ist, ist der Boss immer ganz oben, äh, in der letzten Ecke. Das wird also ein harter Aufstieg. Macht euch bereit. Warum kann der Boss nicht einmal am Eingang stehen, okay? Na dann würden wir ja gar nicht an den ganzen Truhen mit Gold vorbeikommen. Wahre Worte. Wir wollen doch ein paar Monster verkloppen. Ich muss doch noch meine geheime Fähigkeit zeigen. Ich habe keine Ahnung, ich glaube, das ist Tobi. Bist du unser neuer Gefährte? Schön, dass du da bist. Na dann mal los. Schade, na dann mal los. Vielleicht sollte man den irgendwo... Ich mache erstmal die Truhen auf und dann suchen wir nach Tobi. Oh. Oh, cool, dann können wir uns das neue Schwert kaufen. Oh, okay, wir haben ein neues Schwert gefunden. Oh mein Gott, was? Das macht es natürlich leichter. Er ist auch nicht bei uns in der Gruppe drin. Ja, natürlich ist er nicht in der Gruppe drin. Hier kommt ein Langschwert, gegen kann man gar nicht austauschen. Aber Don F ist cool genug, das Windschwert zu benutzen. Na klar. Kuh-Leder-Kleidung. Ist er nicht. Lederhut. Lederhut. Das ist okay. Das ist okay. Es ist okay. Es ist nicht ganz donntastisch, aber es ist okay. Eisschwert. Eisschwert. Eisschwert und Windschwert. Ich denke mal, die sind für Tobi. Aber wir sollten vielleicht mal Tobi suchen vorher. Do-Kog-Noda-Nodia. Vielleicht ist der hier irgendwo in der Nähe von dem großen Haus. Aber ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Alter, ist das riesig. Achso, man kann doch glaube ich rennen. Genau. Stimmt. Beim, beim, beim. Ach Mensch. Beim VX konnte man ja rennen mit Shift. Das ist gut. Gut, dass ich mich noch dran erinnert habe. Sonst hätte das Let's Play jetzt hier eine halbe Stunde gedauert. Also alleine schon auf der Isar-Insel. Okay, 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 okay. Ich glaube, ich brauche hier wahrscheinlich länger, als mir gesagt wurde. Mir wurde gesagt, ich brauche eine halbe Stunde, um dieses Spiel durchzuspielen. Ich glaube, ich brauche schon eine halbe Stunde nur auf dieser Insel. Noch mehr Gold. Okay. Okay. Was ist das? Warum liegen hier eigentlich immer so viele Skelette? So. Warum liegt da so viel Stroh? Stroh? The Lanes Hood. Okay. Dass hier irgendwas passiert ist, das uns spoilert. Wie spoilert? Ich höre es noch nicht. Ah, du meinst, dass Tobi plötzlich redet. Ja, ja. Ach, Quatsch. Okay, okay, okay. Können wir die Bücherregale anquatschen? Nein, können wir nicht. Okay, The Lanes Hood. Auf jeden Fall bestimmt irgendein Insiderwitz, den ich gerade nicht verstehe. Oder es kommt noch was. Oder es kommt noch was. Wie, der Teddybär. Kann man den ansprechen? Nein, habe ich gerade probiert. Okay, aber ich bin tot. Da warst du tot. Es geht auf jeden Fall 30 Milliarden Kilometer nach rechts. Und jetzt hört es schon auf. Ich gehe mal an den linksten Punkt fahren und beim Gucken. Den linksten Punkt? Wir sollten vielleicht die richtige Musik, die auch gerade läuft, nach Summen, aber es ist okay. Ähm, wir können auch andere Musik einfach machen. Wir machen unsere eigene Musik. Es wäre zu einfach. Du, 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 du. Ähm, okay, ja, Trump war erfolgreich. Ähm, da ist definitiv eine Mauer drum. Ich habe keine Ahnung, wie ich da hinkomme. Wahrscheinlich durch einen Tunnel. Was ist das denn? Was? Ich brauche auch definitiv länger als eine halbe Stunde, um das Spiel durchzuspielen. Allein schon, um mir alles anzugucken, brauche ich noch eine halbe Stunde. Was ist das? Ich bin bereit. Ich habe keine Ahnung. Ich suche immer noch Tobi. Vielleicht für eine Karte ganz nützlich. Ähm. Alter, ist das riesig. 10 Stunden. Was? Was ist denn das? Als ob. Ja, als ob. Nein. Oder war das vielleicht Tobi da und wir müssen einfach nur auf Level 10 trainieren, um den zu bekommen oder so? Das könnte auch sein, aber. Dann suche ich mal Gegner. Da in der Höhle vielleicht? Das ist nicht so. Nee, Tobi ist in der Nähe beim, beim, beim Inn. Also beim, äh, Wirtshaus hier. Stimmt. Schon vergessen? Ja, ich habe es auch vergessen. Oh, Gegner. Endlich mal Gegner. Aber wahrscheinlich sterben die jetzt. Ja, ich habe gegnert. Scheiße. Ich bin glaube ich tausend oder so. Oh nein. Wasserpuchs. Okay, okay. Gut, das, das, das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. Wir müssen aber auf jeden Fall noch die Herberge suchen, damit wir Tobi haben. Oh, das hat gut funktioniert. Furtz in der Dose gefunden. Praktisch. Das ist wirklich praktisch. Ähm, ich glaube nicht, dass wir hier Tobi... Was ist denn das? Ich sehe hier nicht durch. Okay, okay. Das macht mir Angst. Alles gut. Einfach alles ablaufen. Ah, alles ablaufen. Ich glaube, wir suchen erst mal Tobi. Wir gehen wieder raus, oder? Okay. Aber jetzt finden die Höhle nie wieder. Ja, deswegen. Jetzt los ist es aus. Die Chance. Aber die brauche ich schon halbtot. Wir brauchen wir auf jeden Fall in die Herberge. Rücken wir haben ja ohne in der Heidwege. Ja, aber die kosten bestimmt mehr Gold als einmal in der Herberge übernachten. Ja, aber was ist das? Oh nein. Technik. Was hast du so für Technik? Doppelangriff. Schlaf, Blütenstaub, Multischlag. Klick doppelt auf einen Gegner ein. Richtet Schaden an zwei Feinden an. Doppelangriff. Probieren wir es mal aus. Was habe ich für Techniken? Oh, doch so viel. Ich bin sehr nützlich. Magie habe ich aber. Beschleuniger. Oh, ja. Beschleunigen, das kann ich. Beschleuniger machen wir aber nicht. Wir greifen einfach ein. Der erste ist schon mal tot. Der nächste ist tot. Tot. Oh, das ist gut. Wenn das mal so weiterläuft in der Geschwindigkeit. Okay, okay. Perfekt. Club gefunden. Club gefunden. Tracey ist nun Level 2. Okay. Das ist nicht schlecht. Wo war der Ausgang? Hier. Hier, ja. Genau. Genau. Das ist nicht schlecht. Bin ich automatisch wieder geheilt nach dem Levelaufstieg? Nein, bin ich nicht. Wir müssen immer noch das Wirtshaus suchen. Das war schon mal, ich weiß nicht, eine Beutehöhle oder so. Ich habe keine Ahnung. Oder ist ein Haus? Ja, ich würde sagen, sieht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus. Ja, das sieht nicht gut aus. Was, ich komme nicht rein. Ich kann es nicht öffnen. Okay, okay. Es ist sehr interessant. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue. Ich habe keine Ahnung, was ich hier tue in diesem Spiel. Ich bin absolut überfordert. Ich bräuchte vielleicht einen Wegweiser, um Tobi zu finden. Aber ich kriege das hin. Leute, vertraut mir. Wir kriegen das gemeinsam hin. Zeppelin, okay. Da komme ich aber nicht hin. Aber fliegen wäre nicht schlecht, ja. Ja, stimmt. Dann würden wir in das Mauergebiet reinkommen. Genau. Ich sehe, du denkst mit. Okay. Das ist schon mal gut. Da muss ich nicht mehr selbst denken. Oder auf dieses Pinkerling der Lager. Ja, oder auf das Pinke-Ding. Ist ja alles egal. Ob Tobi das doch oben war? Nee, das ist doch mal das Eiswind. Vielleicht war es doch Tobi, aber... Nee, Tobi sah anders aus, oder? Nee, nee, du wolltest ja auch campen. Campen? Ja. Campen? Campen wollte er? Ja, war ein Camper. Ja, ein Camper. Das ist nicht gut. So, wir sind wieder... Was? Da ist doch die Herberge! Oh, also... Oh, wir haben es geschafft. Endlich. War genau südlich von unserer Hauptinsel. Also von unserer Stadtinsel. Wir hätten nur noch südfahren müssen. Okay, Kind. Kinder machen mir immer Angst. Boah, bist du ein hässliches Mädchen. Bist du hohl? Ich klau dir gleich deinen Lolli. Soll ich zu meiner Mami gehen und petzen? Soll ich zu deiner Mami gehen und dir sagen, wie unartig bist du bis zu Fremden? Nein, okay. Bleib artig und spiele. Sehr nettes Mädchen. Ja, auf jeden Fall. Sehr sympathisch. Heiltränke wurden gefunden. Gut, so läuft das. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht gegen den Campen. Wir speichern vielleicht vorher. Gegen den Campen? Speichern. Speichern stand eins. Und... Oder wir gehen erst in die Herberge. Wir gehen erst in die Herberge. Singalt. Ja, da dachte ich, Singalt. Kein Problem. Und los. Komm, Tobi. Du bist doch Tobi, oder? Genau. Hey, Tobias. Hatte ich ein Unkraut zupfen? Ah, stimmt. Klar, der wollte doch Unkraut zupfen. Ja, natürlich. Tobias, du kannst jetzt mal Pause machen. Wir haben einen Spezialauftrag für dich. Wir besuchen jetzt Eiswind zusammen. Yeah. Aber Don F, ist Eiswind nicht noch sauer auf dich wegen Magdalena? Mach dir darum keine Sorgen, Tobi. Wir haben da schon einen Plan. Hahaha. Ich ahne fürchterliches. Werd jetzt nicht frech, hörst du? Und jetzt los. Tobias ist dem Team beigetreten. Okay, alles klar. Wir müssen auf jeden Fall noch trainieren. Auf Level 10. Okay. Ich meine, das ist in der Fall. Wie, das ist in? Ich kenne dich total in. Ich war doch schon in der Herberge. Was? Hast du geschlafen? Was ist das passiert? Gerade eben. Ihr habt das alle mitbekommen, oder? Nur sie hat gepennt. Aber so richtig gepennt. Was ist das? Oh, Mäusestadt. Was ist das? Mäusestadt. Mäusestadt. Hallo, Mäusestadt. Tschüss, Mäusestadt. Oh, so süß. Okay. Wir gehen wieder in die Höhle und trainieren. Ich habe schon mal Gegner gefunden. Das ist schon mal gut. Ja, das ist gut. Das ist gut. Wir sind noch gar nicht so weit weg von der Heilung. Ja, das ist noch besser. Okay, gut, 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 gut. Okay. Da stimmt so auch drei Leute, das ist so besser. Genau. Wir machen aber erstmal diese komische Doppelangriffstechnik. Genau. Und Tobias Technik. Gar nichts. Magie. Heilung, Heilung. Das ist gut. Tod. Tod. Nicht tot. Tod. Und der ist noch am Leben. Das ist nicht gut. Warum ist Tobi so schwach? Ah, der ist heiler. Deswegen. Der hält nicht viel aus. Ja, Tobi, du enttäuscht mich. Du enttäuscht mich immer mehr, Tobi. Okay. Rotschleim. Wenn ich schicke, dann wieder Unkraut zucken. Okay. Das wird jetzt ein bisschen dauern, das Aufleveln. Bis Level 10. Vor allem, wenn wir nur 14 Erfahrungspunkte bekommen. Warum levelt irgendwie nur Tracy, habe ich das Gefühl? Hände? Achso, ich bin ja schon Level 4. Ach, ich bin ja schon der Don. Das läuft doch. Das läuft doch. Level 100 Krupp. Na, Level 4. Level 4 Mafia Boss. Tod. Nicht Tod. Tod. Ja, das läuft doch. Tracys Gruppe. Warum heißt das eigentlich Tracys Gruppe? Es müsste heißen Don Fs Gruppe. Das Spiel ist definitiv fehlerhaft. Nein. Ich bin definitiv die Hauptrolle. Du bist nicht Tracy. Nein. Das ist mein zweiter Name. Das ist mein zweiter Name. Das steht auf meiner Socke. Auf deiner Socke steht nicht Tracy. Was ist da überhaupt drauf? Ein Einhorn. Ja, tatsächlich. Da ist ein Einhorn drauf. Okay. Aber ich glaube, das interessiert gar keinem, was da drauf ist. Aber naja. Die Sockenfetischisten. Die Sockenfetischisten. Die Clubvogelfetischisten. Clubvogelfetisch-fischisch-fischische fischen. Tobias erreicht Level 3. Die Hatten heulen erlebt. Heulen! Ja, heulen! So ne Lusche, der kann ja auch nichts anderes außer heulen. Heulen und heilen. Heulen und heilen. Ist ja fast dasselbe. Er ist bestimmt kein Heiler, sondern ein Heuler. Ein Heuler! Oh, das war ein Heuler. Okay, wir machen erstmal alle tot. Das ist gut, wir machen die alle instant tot. Das ist wirklich gut. Was macht man eigentlich mit den Clubs, die man am Ende bekommt? Keine Ahnung. Verkaufen, essen, dann Level 5 trainieren. Oh, Heilung erlernt. Das ist so gut, dann brauchen wir Tobi gar nicht mehr. Wozu ist der Haupt? Da! Keiner mag Tobi. Also nichts gegen dich, Tobi. Wie, ach doch, klar, doch. Ja, ja, ja. Keiner mag ihn. Doch, klar. Was? Daneben Fehlschlag? Was ist denn das? Das lag nicht an mir. Ja. Dann ist perfekt. Haben wir eigentlich schon was gefunden dort, außer Club BG? Ne, ich habe keine Ahnung, ob hier überhaupt was ist. Außer Gegner. Ich renne ja schon rum, aber ich sehe nichts. Wahrscheinlich ist irgendwo der riesen Superschatz versteckt. Oh, ich habe ja noch Waffen. Aber die sind wahrscheinlich für Eiswind. Das Eisschwert vielleicht. Ja, das würde Sinn machen. Das würde Sinn machen, ne? Wo, wo? Hier ausrüsten. Umrüsten. Hier ist der leere Platz. Der schreit auch schon rum. Ja, Fäustlinge, das geht nicht. Ähm. Genau. Und hier bei ihm ging es ja auch nicht, bei Donnchen. Okay, gut. Ja, dann weiter. Trainieren. Oh mein Gott, ey. Das ist doch ganz schön lang das Spiel. Ich rieh das nicht in einer halben Stunde durch. Ich weiß nicht, wie lange wir schon aufnehmen. Ich habe wirklich gar keinen Plan. Irgendwo gibt es eine Zeitangabe im Spiel. Ich glaube im Menü. Okay. Und waren es 18 Minuten. Oh Gott. Aber schon war ich näher. Oh nein. Also lange nicht, aber. Ja, am Zuschauer. Es ist bestimmt total langweilig, wie wir hier durch die Höhle irren und versuchen, Truhe zu finden. Das ist ja ein Schwank aus der Jugend. Ein Schwank aus der Jugend. Oh ja, damals, da war ich in Vietnam. War eine gute Zeit nicht in der Mitte. Ja, 1972 in Saigon. Da war ich stationiert. Da hatte ich dann die ersten Kontakte geknüpft als Mafiaboss. Am Anfang ist klein. Ja, das stimmt. Da habe ich mich mit den Bikons ein bisschen zusammengetan. Ein bisschen Schutzgeld abpresste und so. Hat gut funktioniert eine Weile. Aber... Waren ganz gute Zeiten eigentlich. Ja, klar waren das gute Zeiten. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber eigentlich quatsch ich mir hier nur Mist. Was? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Das geht hier überhaupt... Was? Ich weiß nicht, wo ich hin soll. Davon wach alles ab. Wir können uns sicherlich, denke ich, mal nebenbei noch heilen. Ich heil mal. Ich würde sagen, guck wie viele Heiltränke wir haben. Ne, ich habe ja die Magie. Ich brauchte die Heiltränke gar nicht. Noch besser. Ja, noch besser. Welches Level bin ich denn jetzt? 5 immer noch? Ah, da steht 5 Minuten. Oh Gott. Ihr armen Zuschauer. Also, da stand Level 10 bis 15 soll ich trainieren. Was gut ist, wir kloppen die Gegner eigentlich fast instant weg. Ja. Das ist ziemlich gut. Vielleicht sollten wir in das hohe Gebäude gehen, um aufzuleveln. Guck mal, wenn du bedenkst, da haben ja alle geredet, außer Eiswind. Das stimmt schon, aber es ist ja auch von links nach rechts. Vielleicht. Oder? Vielleicht ist das dann gerade das krasseste. Wir können ja mal gucken, oder? Na gut, ne, da waren Schwerter, die ich nicht benutzen konnte. Ja, okay. Das ist kompliziert. Ja, aber noch nicht. Jetzt trauen wir uns nicht mal in das. Ja, ja. Auch mal hier kloppen wir alles mit dem Schlack weg. Das lohnt sich doch gar nicht. Wollen wir es doch mal pumpen? Ah, eh war da hingefahren sind wieder. Ja, das stimmt. Aber das dauert ja ewig, das Trainieren. Ist ja schon fast so weit. Hey, eigentlich gar nicht. Ja, das stimmt. Weißt du was? Und ich finde hier auch keine Truhe. Hier ist nichts. Ich fühle mich irgendwie verarscht. Verstecktes Item. Ja, eine unsichtbare Truhe. Du musst immer es mit dem Club machen. Mit dem Club? Ich könnte mal bei den Items gucken, was das überhaupt bewirkt. Oh. Das wäre zu leicht. So, Items. Ähm. Waffen. Achso, das sind Waffen. Ja. Ah, verstehe. Okay. 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 Das kann man hier irgendwo verkaufen und geht kriegen. Äh. So. Ich, ich, ich vertonisiere mich mal hier aus der Höhle. War das wirklich? So, wie hast du dir da geredet hat in dem Turm? Hä? Genau, das war Eiswind. Das war Eiswind. Das war Eiswind. Noch schlimmer. Oh nein. Wir sind so schlecht. Ich wollte gerade sagen. Wir sind ja so schlecht. Dass wir da auch Bethel jetzt überhaupt nicht darüber nachgedacht haben. Ich hab, ich hab, ich hab, ich hab noch so eine Sekunde gedacht so, boah, das war Eiswind. Und dann hast du dann gefragt, boah, Tobias und ich so, ah, okay. Und dann hab ich's auch komplett abgeschlossen und hab mich für den drüber nachgedacht. Ja, jetzt bin ich schuld. Nein, nein, nein. Ihr habt das alle gehört, dass sie jetzt einfach so tut, als wär ich schuld. Nein. Ihr habt das alle gehört. Der Gedanke kam mir wirklich. Sie, sie kann das nicht mehr leugnen. Das ist auf der Aufnahme. Sie schiebt automatisch die Schuld automatisch auf mich. Das ist typisch Frau. Immer sind die Männer schuld. Ja, nur die Mafia-Bosse. Nur die Mafia-Bosse. In Vietnam. Oh, nee. Das ist so stumpf hier in der Höhle. Kann man nicht woanders trainieren? Wo ich jetzt noch was finde? Jetzt hab ich die Komplett-Auflösung auch noch. Die Komplett-Lösung? Ja. Ah, das wär nicht schlecht. Eine Karte wär nicht schlecht. Dose gefunden. Furz aus der Dose meine ich natürlich. Ah, da steht der Level 6. Das dauert zu lange. Wir müssen ja weg. Das dauert zu lange. Das ist okay. Wir gucken uns um. Das dauert zu lange. Es dauert viel zu lange. Es dauert viel, viel. Es muss noch was anderes geben zum Trainieren. Das kann einfach nicht sein. Oder wir speichern und probieren mal Eiswinden zu besiegen. Ja, kann man auch mal. Aber das schaffen wir nie. Vielleicht. Ja, war nicht so schlimm. Ich glaub das schaffen wir nicht. So, wo wollte ich jetzt hin? Hier, ne? Ah, ich fahre lieber nochmal ein bisschen rum. So, genau. Okay. Was ist das für eine Frau? Was? Fünf Gold für eine Nacht. He, 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 he. Was? Warum? Was? Warum kostet die nur noch die Hälfte? Das ist ja Betrug. Es ist die Nonne. Ja. Vielleicht gibt's einen Unterschied. Keine Ahnung. Ja stimmt. Vielleicht levelt man denn keine Ahnung. Ja stimmt eigentlich. Auf gut Deutsch bei welcher Frau willst du schlafen? Die Nonne kostet natürlich ein bisschen weniger. Die ist ja... Hilfsbedürftig. Hilfsbedürftig. Nein, warte, nein. Was? Hilfsbereit. Was? Hilfsbereit den Arm nehmen. Ich glaub du denkst in eine ganz andere Richtung als ich. Moment. Was ist hier los? Ja, was ist hier los? Das hab ich mir auch gerade gedacht. Das hier war die Höhle, oder? Genau. Genau. Ich hab keinen... Ich hab gar keinen Durchblick. Überhaupt nicht ein bisschen. Oh Gott. Also... Tut mir leid Leute, ich hab keine Orientierung. Also ich weiss schon wo ich grob bin, aber ich weiß nicht wo ich jetzt Gegner noch finden könnte. Ist das aber Eiswind? Ja. Das ist Eiswind, den probieren wir jetzt einfach mal. Den kriegen wir auch so hin. Ja. Wir sind... Don F. Level 10 ist eine Lüge. Ja, ja. Hier, komm. Ja, das ist Eiswind. Ich bin Eiswind. Und ich bin Tracy. Ah, hi Tracy. Was tust du denn hier? Ah, mein Schwert Flask wurde ge... Bla, 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 bla. Ist das etwa Don F da hinter dir? Äh, äh... Hi Eiswind. Wie geht's dir? Ich werde dich jetzt vernichten. Hey. Ich hatte mit der Sache gar nichts zu tun. Das war alles Tobi hier. Er hat dir Magdalena ausgespannt. Was erzählst du denn da? Hab ich gar nicht. Du warst das. Warst du wohl? Willst du überhaupt nicht Lüge? Nicht hauen. Eiswind. Ich war das wirklich. Ich war es. Hundertprozentig. Don F. Sag die Wahrheit. Ja, das steht da. Ja, das steht da. Du musst... Du musst mir glauben. Don F. Sag die Wahrheit. Ich war es nicht. Tobi hat recht. Dann muss es Tracy gewesen sein. Jauuuu. Was, du hinterlistiger? Mir egal. Ich vernichte euch. Dann alle. Okay. Eiswind. Okay, wir machen dich fertig Eiswind. Klar. Wir haben die Techniken drauf. Ja, wir haben die Techniken drauf. Ja, Schlafblütenstaub. Lässt den Gegner sofort beim Einatmen einschlafen. Genau. Wenn er schläft, dann schläft er. Ah. Cool. Kannst du Magdalena? Ja, ja, klar. Ich habe einen Beschleuniger. Hier, wir beschleunigen Don F. Oh. Gern natürlich. Oh, er kann Wirbelwind und heulen. Heulen. Heult rum. Heult rum, was? Vielleicht ist es hilfreich. Aber ich will es jetzt nicht aussehen. Riecht den Windschaden an einem Gegner an. Okay. Wir probieren mal Windschaden. Oh. Da war die Hälfte weg. Oh, was für eine Kumblerin. Ja, jetzt. Ja, resistent gegen Schlafen. Wieso wusste ich das? Oh nein. Wieso wusste ich das? Wieso wusste ich das? Na ja dann. Ja, dann mach mal so. Ja. Ja. Heulen vielleicht. Mal heulen? Ach. Vielleicht. Möglicherweise. Und du machst... Wie viel hat denn das eigentlich abgezogen der Wind? Ich habe mich aufgepasst. Ich bin gar nicht. Ach shit. Wir machen Heulen. Ich bin sehr unschlüssig. Okay. Ähm. Technik. Multischlag. Technik. Nee, Quatsch. Magie. Heilung. Selbst. Magie. Wirbelwind. Das trifft eigentlich ganz gut. Aber er hat noch so viel Lebenskraft. Das ist nicht gut. Ja, der ist resistent gegen Wind. Das ging alles resistent. Kann das sein? Er heißt ja auch Eiswind. Ah. Aber der heißt nicht Eiswindschlaf. Eiswindschlaf nicht. Resistent. Wir heilen Tracy. Geht ja nicht anders. Technik. Was hat der noch mal? Wöbelwind. Nein, oh Gott. Gar nichts. Einfach normaler Eingriff. Eingriff. Ja. Was bleibt unser Eingriff. Wow, 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 wow. Nicht sterben, Tracy. Das ist nicht gut, Tracy. Ähm. Verteidigen. Technik. Nein, Quatsch. Warum gehe ich immer in Technik heilen? Und Tobi, du heilst auch mal. Nur um sicher zu gehen. Oh Gott. Oh Gott. Ich glaube, wir sterben hier. Ähm. Scheibenkleister. Nein. Multischlag. Magie. Heilung. Ja, und du verteidigst. Auch wenn es keinen Sinn hat. Ja, das sieht doch gut aus. Daneben. So, wir haben jetzt ungefähr ein... Weiß ich nicht. Sechste? Ja. Ich weiß es nicht. Es geht voran. Hm. Ich weiß es nicht. Multischlag. Doch, wir sterben eigentlich. Multischlag. Magie. Heilung. Selbst. Und. Du machst. Magie. Heulen. Warum heulen? Okay. Auf dich selbst. Genau. Das sieht doch gut aus. Naja, oder? Doch, doch, doch. Das klappt. Das kann man nochmal mit allen angreifen. Ja, würde das sagen. Das kann man nochmal mit allen angreifen. Ja. Oh, das sieht doch gut aus. Es sei denn, der rastet am Ende nochmal richtig aus. Ja, oder? Oh, ja. Bei manchen Bossen ist das ja so. Die rasten am Ende nochmal richtig aus. Ich hoffe, der nicht. Ich hoffe einfach mal, der legt sich dann bei der Hälfte schon hin. Ich hoffe auch. Und akzeptiert einfach die Niederlage gegen Don. Es ist einfach so. Er kann nichts gegen mich gewinnen. Da stand irgendwas von Level 15. Aber das galt für normale Menschen. Nicht für Dons. Natürlich, natürlich. Ist Eiswind eigentlich auch eine bekannte Person, die man kennen würde, wenn man ein Don... Also ich kenne Eiswind, aber ich weiß nicht, wie bekannt er in der RPG Maker Szene ist. Oh. Aber natürlich kenne ich Eiswind. Mit dem habe ich damals auch geskypt. Oh. Auch mit Pegismo zusammen und ihm. Ich weiß nicht, warst du nicht auch... Ja, hundertprozentig. Du warst auch in der Skype. Aber ich kann mir nicht alles merken, lieber Herr Don. Das stimmt allerdings. Das kannst du nicht. Alzheimer. Alzheimer. Trace. 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 Ich bin schon wieder Trace. Trace. Nee, Trace. Siehst du schon wieder falsch? Das läuft nicht. Und jetzt mal Windermarker. Und Tobias. So. So. Angreifen. Oh Gott. Ich kann doch Don nicht töten. Ja. Aber wir kommen gut voran. Ein Drittel hat er noch ungefähr, würde ich jetzt schätzen. Ja. Ich würde schätzen, der hat noch ein Drittel. Wenn wir das schaffen, dann möchte ich das so hundertmal speichern. Hundertmal? Er will. Einmal nicht. Oh Gott. Don nicht sterben. Sehr gut. Na klar. Ich bin auch Schlaum. Ich habe das doch geplant. Das ist alles geplant. Oh. Das sieht so gut aus. Wir haben ihn gleich. Komm. Jetzt machen wir ihn fertig. Ja, ich bin auch stolz. Tobias. Nicht sterben. Ich sag ja, am Ende zieht er nochmal richtig an der Gegner. Also jetzt will das wissen. Das geht jetzt schief. Shit. Oh ne. Ach gut. Er greift mich an. Super. Oh, das war's gleich. Kann ich nochmal angreifen? Ne. Wirklich lang. Angreifen. Angreifen. Alle greifen an. Komm jetzt. Jetzt gehen wir ihm den Rest. Komm schon, Leute. Nein. Nein. Don. Nicht sterben. Okay. Angreifen. Multischlag. Don, du verteidigst. Und du greifst an. Komm schon, Leute. Macht ihn jetzt tot. Ja. Oh, tausend Erfahrungspunkte. Das ist doch da. Oh, das war's. Wir hätten vielleicht auch mal einfach bessere Waffen kaufen können. Vielleicht wär's dann noch leichter gewesen. Waffen. Ey, wozu brauchen wir überhaupt Level 10? Windschwerter gefunden. Tracy ist nun Level 7. Der hätte schon Level 30 stehen können mittlerweile. Beschleuniger erlernt. Wirbelwind erlernt. Dawn F ist nun Level 7. Kurierung erlernt. Tobias ist nun Level 6. Okay. Haha, mir kann keiner was. Hm, ich bin wohl etwas eingerostet. Ja, du hast behauptet, dich kann ich erst ab Level 10 besiegen. Aber ich konnte euch noch gar nicht meine neue Fähigkeiten zeigen. Ich begleite euch jetzt. Und wenn ich wieder fit bin, kriegt ihr eure Trachtprügel. Eiswind ist der Gruppe beigetreten. Was dein Schwert betrifft, Tracy, ich hab da einen alten Saufkumpan. Der hat früher allerlei Waffen geschmuggelt. Wenn einer weiß, wo dein Schwert ist, dann er. Wir können mein Luftschiff nutzen, um nach Osten zu fliegen. Also los. Eisschlüssel erhalten. Damit kannst du dir das Luftschiff holen. Perfekt, perfekt. Na, das ist doch schon mal gut. Ich hoffe, du hast zugehört. Ich hab bei der Hälfte ausgeklinkt. Na klar. Der ist Level 15. Was ist das für ein Mafiaboss? Praktisch. Ey, aber trotzdem hat er übelst abgestunken gegen uns. Aber so richtig. Ich glaub, wenn ich Level 10 gewesen wäre, hätte ich das als Don F alleine geschafft. Mal ganz ehrlich. Eigentlich habe ich jetzt auch schon mit Level 3 alleine geschafft. Hast du überhaupt schon gespeichert? Nein, ich brauch doch nicht speichern. Speichern ist was für was zu sagen, aber ich spiele mit Permadeath. So. Wir gehen erstmal, denk ich mal, nochmal zur Herberge. Würde ich auch sagen. Allein wegen den Magiepumpen. Genau, wegen den Magiepumpen. Du hast es erfasst. Ich bin sehr stolz auf dich. 30 Jahre Training. Diesmal nehmen wir mal die teure Frau. Wir haben das Geld. Ja, wir haben das Geld. Wir können uns die teure leisten. Wir müssen dich zur billigen Nonne. Wir gehen zur teuren. Was auch immer? Holländerin. Zur teuren. Holländerin. Ja, die Holländerinnen, die haben es mehr drauf als die Nonnen. Und die sind teurer. Und die sind teurer. Das ist das Wichtigste. Ah, hier ist der Händler. Genau. Okay. Erstmal verkaufen. Kaufen. Die ganzen Clubbringer. Ey, tatsächlich. Wir hätten noch stärker sein können. Das ist doch zum Mäusemälchen. Naja. Egal. Wir ändern jetzt mal die Ausrüstung von Eiswind endlich mal. Das Eisschwert gegen das Windschwert. Macht das Sinn? Keine Ahnung. Ich sehe nicht durch. Ich glaube nicht. Wirklich. Nee. Okay. Und dann hat er noch das Windschwert. Das könnte ich auch nochmal... Was? Wozu habe ich denn jetzt alles doppelt und dreifach? Vor allem zwei Windschwerter. Ich meine drei Windschwerter. Eins hat er sogar ausgerüstet. Du hörst ja manches in den Kisten noch rum. Ja, aber wozu? Das ist ja das... Wozu ist das überhaupt im Spiel? Wir drücken mal auf optimieren. Das ist mit der irgendwie Rüstung. Umrüsten? Nee, der kriegt das Wunschwert. So. Ich vertraue der Optimierung nicht. Okay. Wir verkaufen. Klub, klub. In der Club später. Ja, wir verkaufen mal alle Clubs. Wie geht das? Sofort alle... Ah, so. Und die ist ja los, doch. Alles klar. Rüstung haben wir nicht. Wichtiges können wir nicht verkaufen. Das... Eisschlüssel. Achso. Alles klar. Wir haben noch nicht mal Heiltränke gebraucht für den Kampf. Das war ein richtiger Luschenkampf. So. Stahlschwert. Wahrscheinlich finde ich in den nächsten zwei Sekunden ein besseres. Ja, aber wir haben... Das ist immer so. So. Dann nochmal verdonnen nochmal welche. Und dann rüsten wir das gleich aus. Das hätte man für den Eiswindkampf schon machen können. Eigentlich hätten wir Eiswind locker schon viel eher geschafft. Das war voll unnütz zu trainieren. Das Spiel hat uns angelogen. Ja, hier auf die Meeren. Okay, es geht los. Würde ich sagen... Das Luftschiff. Das Luftschiff war... Südlich, ne? Irgendwo südlich. Dann irgendwo bei einem komischen mehr oder weniger Haus. Ja, bei dem Eisbing... Ding. Deswegen haben wir auch den Eisschlüssel. Ja? Hm, das ist nicht das. Der Luftschiff. Wann das Luftschiff? Das war hier aber auch irgendwo, oder? Da ist es doch. Da ist es gut aus. Genau. Und dafür haben wir auch den Eisschlüssel. Siehst du? Da. Perfekt. Ja. Jetzt klappt es. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Jetzt geht's ab. Jetzt können wir uns endlich mal schneller bewegen. Ja, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden Fall. Auf alle Dächer. Auf alle Dächer. Ja. Ich denke mal, das superhohe Haus. Da ist dann der Oberboss. Ja. Könnte ich mir vorstellen. Wie geht das mal aber hier hin? Wie komme ich... Wie komme ich aus dem Ding wieder raus? Ähm. Leute. Ich habe keine Ahnung. Wie kann ich das Luftschiff wieder verlassen? Hilfe! Oh nein. Oh nein. Hilfe. Ich... Ich habe keine Ahnung, wie ich das Luftschiff verlassen kann. Wir werden sterben. In dem Luftschiff. Okay, Mimi. Hast du eine Ahnung? Ich... Ich weiß es nicht. Oh, ich Luftschiff verlassen. Kann ich die Frau ansprechen? Ah, jetzt geht's. Ich konnte nur auf dem Boden nicht landen. Okay. Kann ich auf der Lava landen? Ja. Okay, alles klar. Das ergibt natürlich jetzt Sinn. Diese Panik. Was ist das? Holz? Gott sei Dank. Ach Mensch. Holz. Schöne Salz. Kämpfen! Ja, dagegen irgendwie die Blichtschleim sind sowieso nach der ersten Treppatur sind. Ja. Ja, ja. Das war absolut sinnlos. Nein. Wieder rein. Los geht's. Weiter. Haben wir gespeichert, ja? Ja. Ja. Genau. Bitte? Ja. Das hätte ich ja nicht gesagt. Ich habe es doch gesagt, dass wir gespeichert haben. Okay, gut. Dann gehen wir ab in das letzte Gebäude. Ich denke mal, es war das letzte, oder? Und machen den Oberboss. Test. Ich speichere nochmal. Test. Und dann geht's los. Sehr gut. Okay, kämpfe. Was ist das? Oha. Es ist Knudemönch. Oh. Okay. Wir kämpfen mal gegen Knudemönche. Okay. Das ging auch mal weiter nehmen. Ähm. Leute. Das ist nicht gut. Ich glaube, wir sind zu schwach, um die überhaupt ordentliche Anzug zu bügen. Aber das ist nicht. Wir können hier nicht gut trainieren. Ja, das hoffe ich doch, dass wir hier trainieren können. Wir hätten hier gleich trainieren sollen. Ja. Hast du ja gesagt. Oh. Was? Die geben ja mehr Erfahrungspunkte als der Boss gerade eben. Was? Eiswind, was bist du für eine Lusche? Ja, die kann man definitiv sehr gut trainieren. Was? Der Weg bis zum Ende ist weit, aber. Was? Was ist hier los? Bin ich hier vielleicht falsch? Darf ich hier noch nicht hin? Wo sollten wir hingehen? Was hat Eiswind erzählt? Wir gucken mal in den magischen Begleiter. Oh ja. Der Weg bis zum Ende. Gut, dass ihr daran gedacht habt. Na du. Ich bin der Onkel, der dir sagen wird, was du zu tun hast. Super, du Hörni. Jetzt hast du Eiswind. Such mal seinen Kumpel. Seine Insel erkennst du an der Form. Sie ähnelt die von Eiswind ein wenig. Ah. Dann sind wir hier falsch. Oh gut. Dann sind wir hier definitiv falsch. Ein bisschen trainiert. Aber wir trainieren nochmal gegen die Knudenmönche. Weil wir wollen ja immer noch Level 10 werden. Da hat unser Spiel ein bisschen belogen. Wir mussten eigentlich gar nicht Level 10 sein. Um Eiswind zu besiegen. Wir haben das Spiel belogen. Oder wir haben das Spiel belogen. Wir haben gesagt, wir sind Level 10. Aber wenn man vernünftig spielt, kann man auch viel rausholen. Das ist klar. War ja nur eine Empfehlung. Für schlechte Spieler. Was? Schon Level 9? Das ist doch natürlich nicht. Nein. Natürlich nicht. Ich bin ja hier in dem Spiel drin. Ich weiß, wie oft ich hier schon durchgerannt bin. So. Also nicht wirklich, sondern meinen Spielcharakter meine ich. Also in echt habe ich das Spiel noch nie gespielt. Das merkt man wahrscheinlich auch, weil ich keine Orientierung habe. Okay, das ist... Ist das die Insel? Nee. Wir haben immer noch nicht den komischen Goldbahnen für die Orbe. Stimmt. Warum haben wir den Goldbahnen? Das ist eine gute Frage. Könnte man eigentlich da reingehen, wo der Eiswind stand irgendwie? Nein, da war keine Tür. Schade. Ist ja schade. Ah, hier. Das ist es, oder? Das ist die Insel, die gemeint ist. Oder? Ja, doch. Das könnte es sein. Genau. Jetzt ist der Typ auch da. Oh mein Gott. Genau. Speichern wir nochmal? Ja, aber ich spreche lieber. Ach, wenn ich Eiswind besiege mit Level 5, dann schaffe ich den hier auch mit Level 3. Dillain, du alte Saufnase. Na, scheiß Wind. Du siehst aus wie ein alter Penner. Was haben die mit dir gemacht? Hahaha, das musst du ja sagen. Die Maske ist bestimmt, weil keiner deine Fresse sehen will, oder? Egal. Lassen wir den Scheiß. Und ich komme mal zur Frage. Wie komme ich zu der Ehre, dass du mich besuchst? Das mystische Meisterschwert. Jetzt heißt es wieder Meisterschwert und nicht mehr Masterswort. Flask wurde von meinem Freund Tracy gestohlen. Von meinem Freund? Was ist ein Kerl? All around. Nein, er meint Freund im Sinne von Allgemeinfreund. Tracy gestohlen, du bist doch der große Waffenschieber hier. Kannst du uns sagen, wo es sein könnte? Ich habe da gerade ein ganz anderes Problem. Mein unfähiger Bruder Vitali meinte sich Weltkarte aus Koks zu legen und ist seitdem verschwunden. Für wen hältst du dich? Für den Lord of War? Oh, Lord of War ist ein sehr guter Film. Kann ich sehr empfehlen. Ähm, mach du mal deine Witze. Wenn wir meinen Bruder finden, kann er euch bestimmt sagen, wo das Schwert ist. Zuletzt wollte er zu den Knuden. Ihr kennt die gierigen Knuden ja. Alles was glänzt, müssen sie in ihre Knudenfinger bekommen. Gut, dann lass uns mit Tracy und Don F losziehen, um deinen Bruder zu finden. Hey, du hast mich vergessen. Wer bist du denn? Was macht der Bengel? Bei dir. Bei dir, Eiswind. Stehst du jetzt auf kleine Jungs oder was? Hey, der Kleine ist unsere Lebensversicherung. Im Zweifel schubsten wir ihn auf den Gegner und können wegrennen. Ja. Das wagt ihr nicht. Fresse auf den billigen Plätzen und fähr eh nach einem Schlag. Du verreckst. Ah, du verreckst eh nach einem Schlag. Wir werfen dich jetzt aus der Gruppe. Das stimmt allerdings. Äh. Okay, ich komm dann mit. Wenn der Rotzbengel aus der Gruppe fliegt, bin ich dabei. Tracy, sag doch mal was. Du musst mich jetzt entscheiden. Ach, Quatsch. Er darf nicht drehen. Er? Ja. Er ist ein... Er ist der Protagonist-Idiot. Gleich kommt ein Fenster, wo er dann politisch entscheidet, wer fliegt. Sag ich doch. Äh. Wen willst du rauswerfen? Tobias? Tobias oder Tobias? Oh, es ist wie im Messeffekt. Ja, oder? Scheiße. Wo man entscheiden musste im ersten Teil, wer überlebt. Tobias, Tobias, Tobias. Tobias, Tobias oder Tobias, schmeiß mal raus. Wir schmeißen Tobias raus. Ja, ich hätte mich auch für Tobias entschieden. Wir nehmen den dritten. Hä, den hätte ich auch genommen. Ja? Oh, ja. Das ist gut. Dann haben wir ja den gleichen Geschmack. Und nun verpiss dich aus meinem Haus. Schluss. Okay. Und werd männlicher, du Weichei. Selbst Tracy ist männlicher als du. Ich dachte immer, Tracy ist ne Frau. Oh. Na ja, jetzt hat Tracy ne Frauenstimme. Ist doch auch okay. Genau. Das denke ich doch. Tracy ist ne Frau, oder? Tobias war es die Gruppe. An manchen stillen Nächten hörten wir ihn auch immer weinen. War das irgendwie ne Skype-Compi, wo er rausgeworfen wurde? Delane trennt der Gruppe bei. Okay. So. Dann mal auf zu den Knuden. Ich hab gehört, wenn man ihn auf den Arsch haut, fallen Goldmünzen raus. Yeah. Alles klar. Okay, dann können wir auf zu den Knuden. Das war wahrscheinlich die im großen Haus. Wir wollen mal gucken, ob du ihn ausrüsten kannst mit irgendwas. Oh, das ist ne gute Idee. Vielleicht auch nicht. Ähm. Ausrüsten. Delane. Trollpeitsche. Alles klar. Trollpeitsche. Schön, dass ich erklärt hab. So, wir gehen nochmal heilen. Welches Level hat der überhaupt? Äh, 15. Wir trainieren nochmal ein bisschen. Ja, das ist gut. Dann heilen. Und dann wieder zurück. Dann gehen wir wieder zurück. Das ist schlau. Das ist schlau. Das machen wir. Also wir trainieren jetzt nochmal, denke ich mal, noch zwei, drei Level hoch. Zumindest mit Tracy und, äh, Donfie Momfie. Donfie Momfie. Und, oh Gott. Okay, alles klar. Das sind eigentlich die roten Leisten, die füllen sich, wenn sie angreifen. Ja. Ich hab's überlegt. TP, Talentpunkte? Ja, vielleicht, ja. Oder Technikpunkte? Ja, Limit. Ja, Limit, irgendwas in der Richtung, ja. Ja, ja, ja. Okay, wir sind am Fall Recken. Die hauen doch ganz schön rein, also. Ja, ja, ja. Also dafür müsste man wirklich Level 10 sein. Ah, ja, 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 ja. Haben wir nur drei Gold bekommen? Ah, Tracy ist ja Level 10. Ja. Wieder Wecken. Oh. Götternebel. Oh, es müsste, es müsste Donns Nebel heißen. Und nicht Götternebel. Don und Gott, das ist eigentlich identisch. Oder Gottfasernebel. Nee, der verdient Schläge hier. Wer verdient Schläge? Niemand. Niemand. Wer ist niemand? Ich bin kein Niemand. Irgendwer mit der Irgendwer-Rüstung. Was? Was? Eismann trägt doch erstmal den Namen von der Rüstung von Eismann gelesen. Sag mal, Delaine. Hier sind ja nur faulige Bücher. Wo ist das Ganze Galt? Ich bin doch nicht zum Vergnügen hier. Immer mit der Ruhe. Das Galt liegt halt nicht auf der Straße. Das ist schon irgendwo versteckt. Super. Dann hätte auch Tobi für mich mitgehen können. Oder wenn der arme Tobi. Ja, aber nicht für mich. Wir müssen auf jeden Fall opleveln. Auf jeden Fall opleveln. Das wird sonst nichts. Definitiv nicht. Wobei, am Ende ist der Bossgegner wieder so lang. So leicht, dass ich mit Level 10 geschafft hätte. Und ich bin dann Level 30 oder so, wenn ich oben angekommen bin. In diesem Riesenhaus. So. So. Sieht eigentlich ganz gut aus. Außer, dass immer noch alles daneben geht und viel schlägt. Aber nicht mehr ganz so schlimm. Also es trifft schon besser. Außerdem hauen die gut gelevelten Charakter ja auch. Gut zu, ja. Gut zu, ja. Gut zu, ja. Gut zu, auf jeden Fall. Oder war eine Truhe. Mach ich auch. Aber erstmal geh mal hier die Treppe hoch. Mal gucken, was da ist. Dann machen wir noch mal Knutentod. Traci ist eine Frau. Guck dir das doch mal an. Das ist doch niemals ein Kerl. Alter Schwäne. Alter Schwäne. Das ist ein Kerl. Da fresse ich einen Besen. Ich habe bestimmt, dass es eine Frau ist. So einfach ist das. Der Don kann das bestimmt. Ja, ich stehe schon vor mir. Wenn es geklärt wird. Kann ich die Treppe nicht benutzen? Lügentreppe. Lügentreppe? Was ist denn das? Lügentreppe. Oh, was ist das für eine Lügentreppe? Vielleicht ist die Kiste ja die Treppe. Oh, das geht gar nicht. Ja, Heiligkeit ist schon richtig. Das stimmt. Ich bin definitiv eine Heiligkeit. Das geht doch gar nicht Treppe hoch. Dann müssen wir die Kiste sagen. Wir haben es dann schon geschafft. Da war auch eine Treppe daneben. Du hast eine Aufmerksamkeitsspanne. Ich merke schon. Das ging so schnell. Das ging so schnell. Ja, ja, ja. Ah, du siehst doch dasselbe Bild, was ich sehe. Nein. Ich gucke nach rechts. Achso, nach rechts. Ich sehe das Mikrofon im Blick. Echt? Oh. Warum sagst du das erst jetzt, nach sieben Stunden Aufnahme? Naja, egal. Wenn nicht, setzst du dich leicht anders hin? Aber ist auch egal. Ich glaube, du verpasst links nichts. Ja. Also voll die animierte Gerender-Sequenz nur auf der linken Seite. Ja, übelst. Ja, 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 ja. Mit Cinema 4D gerendert. Ja. Aber nur auf der linken Seite. Sackrüstung wurde gefunden. Sackrüstung, das klingt doch... Toll. Ich brauche eine Rüstung. Kann ich nicht tragen. Na gut, ich würde auch niemals eine Sackrüstung tragen. Klar. Crazy kann eine Sackrüstung haben. Ach, ich sehe... Hier bei den Menüs... Die weißen Rahmen sehe ich nicht so ganz. Ich muss wirklich sagen, die finde ich jetzt nicht so schön. Aber das ist nicht schlimm. Ja, Sackrüstung läuft doch, Tracy. Super. Okay, bin ich geheilt? Ja. Ja, das würde ich auch sagen. Ja, das würde ich auch sagen. Aber am Ende sind wir beim Boss und machen ihn wieder ganz locker platt wie Icewind. Icewind war ja eine richtige Lusche. Ich dachte, oh scheiße, ich habe das niemals. Ich muss dann mindestens Level 10 sein und dann nichts. Und dann gehe ich in das nächste Haus, wo ich gegen drei Knuden kämpfe und kriege mehr Erfahrungspunkte als über den Bosskampf. Also ich dachte, oh so, was ist hier los? Ey, du bist Sonnen. Natürlich kriegst du den Blatt. Natürlich kriege ich den Blatt. Das ist ja logisch. Einmal zuhauen, ich bin wie One Punch Man. Ich muss nur mal einen ernsthaften Schlag machen. Da wäre das ganze Gebäude mit weg. Ja, genau. Du würdest dir doch nur eine Chance geben. Ja, ich will ein spannendes Abenteuer machen. Ja. Außerdem ist ja Tracy der Hauptcharakter. Genau. Ich will Tracy nicht die Schau stehlen. Ja, ich würde sagen, du bist auch ein bisschen Lampenrecht. Genau. Lampenrecht. Alles klar. Lampenrecht. Du bist auch so ein Lampenrecht. Tracys Gruppe war siegreich. Tracy ist nun Level 14. Don F ist Level 14. Ja, wir haben es festgestellt. Pegist Mo, du hättest zwischen Don und F ruhig ein Leerzeichen machen können. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Vielleicht ist ja, dass du Don heißt. Ich heiße nicht Don. Ich heiße Don F. Ja, ich weiß es. Don. Ja, Don. Du bist auch so ein Don. Okay. Eigentlich sieht es doch ganz gut aus. Wir sind Level 14. Ja. Und machen die Kämpfe eigentlich mittlerweile schon recht lässig. Ja. Also... Unsere beiden Schwachen sind nicht mehr am Verrecken die ganze Zeit. Wenn ich an das erste Mal denke, wo wir noch 300 abgezogen haben und fast gestorben sind. Es läuft doch gut. Ja, es läuft gut. Definitiv. Wir kommen gut voran. Denke ich mal mit dem Trainieren. Aber... Die anderen beiden Charakter sind halt übel viel schwächer als Eiswind on the lane. das war schon sehr es war schon gut dass wir ausgetauscht haben mal davon abgesehen dass wir keine wahl hatten vielleicht wenn man nicht angequatscht hätten und gleich in das haus okay gut was sagt eigentlich der magische begleiter vielleicht sagt er wieder ein level dann können wir das im minus 5 rechnen na du ich bin der onkel der dir sagt sagen wird was du zu tun hast hast es ja weit gebracht du spacko du hast den nichts nutzt tobi zum heulen gebracht und wie wäre es wenn du das gottverdammte spiel beendet kannst du erst mal in die in das kleine haus da gehen hust meine fresse wo sind meine tabletten ach da habe ich eine aber nee da gibt es ein könig wenn du den besiegst dann gibt es was tolles cool das kleine haus wir sind definitiv im falschen haus das ist definitiv nicht klein opa ironie ok onkel ironie genau warum liegt ja eigentlich fleisch in der bücherei warum nicht ich weiß nicht was mit knude gemeint ist ich bin kein knude und jetzt alle in kommentaren so dann fd knude ich habe keine ahnung was das hatte das hat keiner gehört was nein was was es gibt was es gibt noch kein zweites wort dazu was wie kannst du nur lass es einfach lass es dass du kannst du die kurve kriegst du nie wieder die kriegst du ein alter schwede ihr habt das alle gehört alter schwede das können wir eigentlich fliehen nein warum das ist nicht gut leute es geht ja nicht darum dass ich am arsch bin ich habe nur kein bock mit zu kämpfen und wenn ich dann in das scheiß gebäude hochlatsche möchte ich nicht kämpfen sondern ich möchte als wenn tonalo gelernt wahrscheinlich lernt er mit level 50 noch skills ich wollte gerade sagen ob es geht es wäre so witzig ja aber man braucht es gar nicht ja scheinbar hat es ja jemand gemacht so würdest du nicht wissen dass es geht hat er aber auch nur gemacht weil sein spiel hängen geblieben ist und er immer im selben gebiet bleiben ist okay vielleicht ist er auch im kopf irgendwo hängen geblieben aber man weiß es einfach nicht okay nehmen wir die billige oder die teure kommen wir können uns richtig wir können uns richtig nein das hat überhaupt gar keinen effekt aber wir können uns einfach mal wann gönnt man sich schon mal eine nicht nonne eine holländerin stimmt für das kloster für das kloster hier meinst du man kann ja auch mal irgendwo ach so wir speichern und renn hoch würde ich sagen ins große haus ok gut wahrscheinlich lacht sich pikisto wenn er das video hier sieht total schlapp wie doof wir uns angestellt haben ja die halbe stunde wurde ein bisschen verlängert alleine schon weil wir ewig gebraucht haben über die ersten gegner gefunden haben wahrscheinlich sind ganz irgendwo versteckt gegner wo ich mich gesucht habe also versteckt in anführungszeichen wahrscheinlich total offensichtlich ich war nur zu blöd was habe ich gerade gelernt habe nicht aufgepasst heiligkeit erholung ich glaube da war nichts neues ist auch egal ist auch so auch mensch kommt schon super ok knudeln mönche ich habe erst 20.000 besiegt da nicht schlagen das dürfen wir aber nicht gehen das ist eine maske eine maske ist das nicht häufig ist maske hört man maske dazu ist großes haus immer noch was machen wir das kaufen vielleicht ist ja noch ein händler der kommen wir aber so wollen wir jetzt wieder rausgehen oder das ist doch in dem haus irgendwo ich glaube das ist absolut sinnlos es ist nur so als geld gedacht jetzt mal die knuteln mönche auch kein geld geben ja nur drei oder so oder 1 pro warum hat er jetzt eigentlich überlebt ja genau ein pro gegner kriegen wir immer ein geld die gruppe war siegreich das ergibt sinn aber haben wir nicht am anfang gesagt warum geht es um lang nicht aufgepasst das wäre mir doch aufgefallen so wir müssen gleich die oberste etage erreicht haben ich hoffe ihr lebt alle noch kannst du nicht mal die klappe halten lass uns den mist jetzt hier hinter uns bringen okay ich glaube wir hätten niemals so weit trainieren brauchen wir haben mal wieder total übertrieben und sind schon über eine stunde oh gottes willen oh gottes spielzeitstreckung spielzeitstreckung okay das ist der boss wir sind natürlich komplett falsch gelaufen wie ich die ganze zeit schon falsch laufe ja und man kann sogar den charakter retten also ach das so fliehen was wir waren in der lage zu was sterben 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 rache ich will nicht erst du bist immer noch für knur in smash aber da bist du der einzige mensch ja die abstimmung dann machen wir dann eben wieder nur fünf leute das stimmt wir setzen jetzt mal die heiltränke ein ich hätte noch ein paar kaufen müssen das wäre nicht dumm gewesen aber es ist egal ich kann das koks für mich schon riechen dein bruder müsst ihr irgendwo sein das ist kein koks tracy don f die sauer hat geworzt jawohl wenn dann oft wo es kaum koks ist was alter was nein das ist bei mafiabossen ach so das ist bei mafiabossen was glaubst du warum die mafiabossen sind das stimmt die armen zuschauer was dir was sie ertragen müssen was wir hier für missquatschen auf dem flughafen warum schmuggeln sie kurz ich mag ja kein koks und was ist das in erinnerung so ich kann das erklären ich glaube das kannst du nicht erklären so wie der mann der gibt es wirklich aus england oder so wenn er was isst da ist mein verdammter bruder ja er hat nur ganz kleine pupillen passt auf dann ist er immer aggro dann speichert besser nochmal ab ach halt du dich raus was ist denn das denn opa und warum lebt der in deinem beutel hast du zufällig noch eine hübsche mietze drin oh jetzt ein bisschen weiter wie ist da die sa schon so komisch rum zappelt zappelt schon so komisch ich kann das schild nicht anquatschen ok erst mal heile ich mich noch mal so und dann speichern wir dann haben wir eigentlich schon geschafft würde ich sagen wir haben einfach diesen massiv überlevelle würde ich behaupten hey vitalin mein bruder wie bist du denn hierher gekommen mein bruder allein ich habe viel koks geschnuppt und viel wort gar viel wort gar getrunken dann war ich hier der russen mafia das ist klar der russen mafia die die haben einfach keine chance gegen mich dass das wird jetzt dass das wirst du sehen instant kill kein grund so zu schreien habe ich alte knudenkönig getötet in rausch bin jetzt knudenkönig meine ohren ach vitalin ich habe doch gesagt koks waffen wenn du trinkst was koks waffen wenn du trinkst problem ist jetzt mein kein vodka da kein koks da werde ich wütend jetzt was ich bin nun knudenkönig ist doch russisch bliat ja logisch gibt mir wodka geht zur seite der typ geht mir auf den ich schlitz geht mir auf den sack ich schlitz den jetzt auch geht mir auf den schlitz was zuerst die mönche außen und die mönche natürlich wir machen erstmal die mönche er setzt erstmal die power geschwindigkeitstechnik ein weil er cool ist das ist ein götternebel das ist der vorz glaube ich erhöht für den kampf die magische stärke ich habe keine ahnung was gut ist ich sage angreifen ist gut was hat er eigentlich mein gott er hat auch techniken was von das okay also brauche ich aber 10 tp okay magie tornado ist für alle alle gegner probieren wir mal aus und was hat er so drauf donnerwaffe allen gegnern das macht aber wenig schaden ja weg schon passt toll hat er hat noch keinen schaden gemacht bei mir das macht mir am meisten sorgen kennst du das gefühl was was wie viel schaden machen wir denn das war das ganze level umsonst nein das war voll umsonst wir hätten auch mit level 5 geschafft wir hätten direkt hochgehen können und besiegen können ohne witz ich glaube den hätten eismann und delaine allein geschafft mit level 15 wozu wozu habe ich mir die ganze mühe gemacht erfahrungsstein gefunden keller schlüssel ach keller schlüssel jetzt geht es los der land ist nun level 20 und dazu war auch dafür war auch die treppe unten die man nicht hochgehen konnte ich werde ich sterben aber mein lieber bruder hier schlüssel zu meiner versteck nimmst du und holst glänzende waffe bestimmt viel wert das muss flest sein gib mir den schlüssel immer ruhig das ist mein bruder und mein erbe was krieg ich dafür wenn jetzt alle knutentot sind dann kann ich dir helfen das knutengold zu bekommen die hey das ist meins die hier den schlüssel zu vitalis geheimraum ok gut mega geil speichern wir speichern falls doch noch irgendwas passiert was ich jetzt stark bezweifle wir gehen in den keller ich denke immer positiv gruppe war siegreich tracy ist nun level 18 zander blitz alle an aqua 3 warum warum habe ich tönni warum es war so sinnlos Es waren nur ein paar wundervolle Minuten, die du mit den Knuten verbracht hast. Dafür habe ich das Training am Anfang ein bisschen übersprungen. Ja, siehst du. Aber da hätte ich wahrscheinlich auch irgendwie schneller trainieren können als in der Ollenhöhle, wo ich nicht mal eine Truhe gefunden habe. Wozu war die Höhle überhaupt da? Vielleicht war die wirklich nur zum Trainieren, aber es hat viel zu lange gedauert. Es muss noch eine andere Möglichkeit geben, die wir nicht gefunden haben. Ja stimmt, zwischen euch war doch dieses eine Feld, da waren auf jeden Fall nochmal Gegner. Ja, aber es waren auch nur diese schwachen, die gleichen Gegner. Äh, das ist gar nicht die... Hä? Es gab irgendwo, glaube ich, draußen noch ein Gebäude mit einer Treppe oder sowas. Stimmt, es gab draußen noch ein Haus auch. Ja, ja. Wo wir noch nicht drin waren. Ja, wir haben das gute Luftschiff. Ja, ich glaube auch. Einfach ein bisschen so weiter. Ich sehe nicht mehr durch. Ich sage ja, die Orientierung fehlt hier ein bisschen in dem Spiel. Und das kommt von Donja, der Orientierungsmeister. Ich bin nicht der Orientierungsmeister, ich sehe nur blau. Was ist das? Stimmt, das haben wir voll vergessen. Da gehen wir nicht hin. Ich habe mich entschieden, da nicht hinzugehen. Ich war schön da. Ich gebe dir gleich mal schön da. Wir gehen erstmal heilen. Bei der Heilungsfrau hier. Wir gönnen uns mal wieder die Teure. Ach Mensch. Hallo, du bist mit dem Luftschiff in ihr gelandet? Nein, nicht in ihr, unter ihr. Vor ihr. Ähm. Ja, ich wollte gerade sagen. Blackscreen. So. Ja, dann kaufen wir noch ein paar Heiltränke. Kaufen. Heiltränke. Oh, wir haben genug. So. Glückwunsch. Jetzt muss ich rausfinden, wo dieser ist. Stimmt, wir haben immer noch nicht die Quest mit der guten Frau vom Anfang gelöst. Geht vielleicht gar nicht zu lösen. Das Haus meinte ich. Genau, jetzt kommen wir da rein. Yeah, endlich habe ich das Blast wieder. Nun kann mich keiner mehr aufhalten. Ich bin mir sicher, da passiert jetzt irgendwas. Ja, oder ungelogen. Irgendwas Dummes passiert da. Irgendwas Dummes passiert da. Irgendwas Niemals. Ein dunkler Schatten erscheint im Süden. Sieht so aus, als wäre da ein großer, starker Gegner. Geht schnell hin. Oder speichert. Ich will aber nicht. Sieht gefährlich aus. Halt den Ransinn. Komm jetzt. Warum geht die Tür über meinem Kopf wieder zu? Okay. Speichern wir nochmal. Und dann machen wir den Typen fertig. Hier ist der Süden. Und da ist der große, starke Gegner. So. Und los geht's. Endboss. Haben wir das Schwert ausgerüstet? Welches Schwert? Haben wir das Schwert nicht gefunden? Oder dann kam der Typ. Ah ne, der Typ hat das Schwert. Ich glaube der Typ hat das Schwert, oder? Ja, ja, okay. Das kann auch sein. Vielleicht habe ich den Lor nicht ganz verstanden, aber du musst lesen. Ah, Cyril, ich hätte wissen müssen, dass du dahinter steckst. Du wusstest, dass ich dich ohne Fläste nicht besiegen kann. Tja, du bist aber zu spät, denn ich habe es wieder. Scheiße. Scheiße. Okay, ich war doch richtig. Dieser Schwächling von Vitaly. Alles muss man selber machen. Ich habe ihm extra Kräfte gegeben, damit er dich besiegen kann. Und trotzdem hat er versagt. Er hatte Hilfe von uns. Vitaly war mein Bruder, du Bastard. Du hast dich mit den falschen Helden angelegt. Jetzt wirst du sehen, was du davon hast. Wer ist außer mir denn noch ein Held hier? Ich? Korinthenkacker. Korinthenkacker. Er hat meinen Bruder getötet. Nun, eigentlich haben wir ihn getötet. Wie auch immer. Jungs, Cyril muss dran glauben. Sonst tagt er einen neuen fiesen Plan aus. Dann zeig mal, was ihr drauf habt. Ich konnte einige Tage die Macht von Flask absorbieren. Mit dieser Kraft werde ich euch in die... Knie... Zwingen. Zwingen. Mwahahahaha. Damals er zwingt die schöne Schwerte. Okay, 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 okay. Ja, ich hätte das Schwert vielleicht ausrüsten sollen, aber wir schaffen es auch so. Wir haben auch hier Eiswind mit Level 5 geschafft. Ja, wir haben den Schlimmeres erlebt. Wir haben noch ein Schlimmeres erlebt. Magie. Schön, Outstate. Ja, das sind ja die ATP-Grafiken. Scheiße. Ich wollte es dir jetzt nicht gesagt haben. Wollte sie trotzdem mal loben. Ja, wunderschön. Genau, wir setzen Tornado ein. Ja, immer schon die Gruppen. Und wir setzen Punkten ein. Okay. Genau. Oh, 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 oh. Das hat auch... Was? Null? Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Der Ane ist schon mal tot. Ja, das ist ein guter Anfang. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich ist das ein ziemlich schlechter Anfang. What the heck? Heck. What the heck? Halt, bei allen Helden mindestens 250. Okay, das machen wir. Ähm, ja, bei allen, bitte. Immer noch. Das ist die Technik, Tadeos. Die Technik, Tadeos. Ich wollte schon wieder sagen. Halt, bei allen Helden etwa mindestens... Ja, das machen wir auch nochmal. Alles gut, gut. Und dann... Greifen wir mit ihm mal den da an. Alter, macht der Schaden. Das ist nicht gut, Leute. Das ist überhaupt nicht gut. Das geht so schief, Leute. Was? Warum haltet er nicht? Was? Was? Nein! Was ist denn das? Lügen! Was? Was? Er hat die Köln. Was? Er hat's gebrochen. Was? Ich hab's gebrochen. Scheibenkleister. 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 Ey, das ist nicht gut, Leute. Aber du wirst mir halt dazu kommen, die TP-Dinge einzusetzen. Stimmt. Mit Tits. Oh, okay. Ja, ja, bleib mal entspannt. Ich hab's... Ich weiß doch, was du meinst. Ganz im Schwamm bleiben. Ich muss mich konzentrieren. Ja, ne, wir machen normal heilen erst mal nur bei Eiswind. Das meinst du. Ja, genau. Ja, probier' wir's mal. Ja. Kugelblitz. Okay, probier' wir's einfach mal. Blind! Oh, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wie der sich immer hält. Was ist denn das? Oh, der mitgehält von uns. Das ist nicht gut. Vielleicht einfach mal dieses... Schwert. Ja, Schwert ausrüsten sollen. Wollt scheiß Schwert sagen, aber... Schwert trifft es natürlich auch. Geht doch. Oh, nur daneben. Das ist nicht gut. Aber wir sind nur noch ein Gegner. Ja, nur noch ein Gegner. Und der da. Okay. Hier Don F. macht nochmal... Mensch, warum geh' ich immer weiter hin rein? Und die anderen greifen da. Wir schaffen das auch ohne das Flask. Alles kein Problem. Wir sind so overpowered. Das Spiel heißt Flask, aber wer braucht das? Genau, er braucht denn das Schwert. Wir schaffen das auch... Wir schaffen Eiswind mit Level 5. Ja, das ist... Man, solange Don im Team hast, geht alles. Da braucht niemand ein Schwert. Eben... Ja, wir hätten auch mit den Fäusten gewonnen. Es ist einfach so. Guck dir das doch mal an, wie bei dem Verkloppen. Ich habe überhaupt keine Chance. Aber überhaupt keine Chance. Guck dir das doch mal an. Ja, wenn ich Don F im Team habe, dann kann eigentlich nichts schief gehen. Ja gut, er macht schon ganz schön viel Schaden dagegen. Muss ich mir zugeben. Aber... Schaden ist nicht alles. Ach Mensch, warum geh' ich denn immer bei Techniken rein? Das ist doch zum Beispiel unmöglich. Ähm, genau. Ja. Was, die hat ja auch so eine doppelt ein Gegner anreifenden Attacken. Oh ja. Ja, das sieht doch gut aus. Oh, gut rein. Ja, man hätte sich vielleicht die Skills mal vorher durchlesen sollen. Ey, bis jetzt später ziehen. Besser später gehen. Ach, Mensch, um. Ey, geht jetzt mal. Ich wüsste mal nicht. Sieht gut aus, wir haben schon die Hälfte weg. Ja. Das schaffen wir auch ohne... Mann, wir hätten auch Level 5 den noch geschafft. Ey, gut, wir werden nicht übertreiben. Wir hätten alles mit Level 5 geschafft. Wurde zu trainieren. Ja, wir haben alles mit Level 1 geschafft. Jetzt übertreibst du. Jetzt übertreibst du wirklich. Ach, der hat auch Multislag. Haben sie eigentlich alle Multislag außer Don? Warum hat Don kein Multislag? Der hätte Tribbel Schlag gebraucht. Also wirklich. Ich mach das Koks. Ich mach das Koks. Das sieht gut aus. Okay. Multislag. Ich sage, keine Heilung draufholz bin ich sehr motiviert. Ja, wenn er jetzt anfängt zu heilen, meinst du, dann geht's nicht. Ähm, das stimmt. Oder wenn er jetzt... Ich sage, die Technik sachen nicht einfach. Ich sage, die Doppelschlag-Technik. Also du meinst, die mit dem TP. Ah, nee, das war nicht gut. Das war nicht nicht so gut. Boah, angreifen. Kommt alle einfach nur angreifen. Ich will das jetzt schnell hinter mich bringen. Paulus, alle angreifen. Oh, Eiswind. Eiswind braucht man nicht. Eiswind hält das durch. Eiswind hält das durch. Außerdem braucht man nicht. Und geschafft. Don Fs Gruppe. Das war siegreich. Eine Million Erfahrungspunkte. Eine Million Galt. Klar. Eine Million Kristallschwerter. Eine Million Tracys. Eine Million Don Fs. Genau. Eiswind, Dylan, alles mögliche. Und ein Grabstein. Eine Million davon. Du hast das Spiel durch. Mach, was du willst. Bitch. Bitch. Okay, wir sind durch bei Flask. Bis das Ende so. Du hast es später. Ja. Wie fandest du das Spiel, Mimi? Schön. Doch. Schön. Doch. Okay. Doch. Doch. Okay. Zum Titelbildschirm. Schön. Doch. Nein, es war cool. Es war cool. Auf jeden Fall. Auch wenn wir öfter mal die Orientierung verloren haben. und eine Stunde länger gebraucht haben als angesetzt. Sie müssen es nur auf doppelter Geschwindigkeit abspielen. Ihr müsst es nur auf doppelter Geschwindigkeit abspielen. Das sagen wir jetzt am Ende des Videos. Ja, genau, genau. Damit ihr es jetzt nochmal anguckt. Genau. In doppelter Geschwindigkeit. Wenn ich 20 Minuten Sprachnachrichten aufnehme und sage, lass dir Zeit. Was? Am Ende der Nachricht. Was? Was lauferst du? Ja, nein, hast du gut gemacht. Gutes Spiel. War unterhaltsam auf jeden Fall. War auf jeden Fall unterhaltsam. Wir haben auf jeden Fall gelacht. Und das war's. Das war Flesk. In der Videobeschreibung Download-Link. Link zu seinem Kanal. Abonniert ihn. Auch wenn ihr seine Videos nicht mögt. Das Spiel ist cool. Abonniert ihn trotzdem. Immer abonnieren. Alles abonnieren. Einfach automatisch abonnieren. Und es gibt einen Teil 2? Ja, es gibt Teil 2, genau. Teil 2 werde ich auf jeden Fall auch noch spielen irgendwann. Zumindest denke ich das mal. Dass ich das irgendwann tun werde. Und dann bis zum nächsten Mal. Ja, auf Wiedersehen. Tschüssi.